Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Schloss Konflikt auf meinem Web Account wir haben jetzt 6470 Gems damit wir ein paar legendäre Helden rollen können wir seht die Base ist und dann schauen wir mal was wir so kriegen alles los geht's so der erste Roll wo wir können einen anderen Landdekor als erstes nice man der nächste Schamane Zyklop Starschleim Werwolf und da haben wir noch 5k noch aber der Landdekor wette bei den ist ja gut Egal, wenigstens haben wir den Landdekor schon mal gezogen dann tun wir den alles auf B3 jetzt geht's weiter ja dann machen wir so ah blaue rade alter ok er werwolf auch wieder grüner Mann Henker komm man bitte gib mir auch irgendein ja Mann Lila ich hab gleich keinen Bock mehr Painter das kleine Schleim komm schon Mann der Landdekor war so auch kacke Mann komm Vlad Kürbis äh ach das war's schon das war's schon er ist ja voll k man 6k free to play aber trotzdem den hab ich noch gezogen noch wegen des einen guten Tank mit 6k also also ok ist egal das war's schon im Video ich hoffe was euch gefallen dieses kurze Rollvideo mit 6k Atlantico Ciao Tschüss Mara os